Holm Putzke ist ein deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer. Seit 2010 ist er Inhaber einer Lehrprofessur für Strafrecht an der Universität Passau, Leben. Von 1992 bis 1997 studierte Putzke Rechtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. 1997 legte er die erste juristische Staatsprüfung ab. Ebenfalls an der Ruhr-Universität Bochum war er Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht von Ilin Schlüchter und am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und allgemeine Rechtstheorie von Rolwe Dietrich Herzberg. Zwischen 2003 bis 2010 war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft von Thomas Feldes. In den Jahren 2000 bis 2002 war Putzke Rechtsreferender an den Landgerichten Bochum und Dortmund und legte 2002 die zweite juristische Staatsprüfung. Ab 2003 promovierte ihn die juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Im selben Jahr studierte er polnisches Wirtschaftsrecht an der Universität Jagiellonski in Krakau, die im 2009 den akademischen Grad Legum Magister verlieh. Von 2006 bis 2010 hatte er einen Lehrauftrag für Strafrecht, Strafprozessrecht und Jugendstrafrecht im Masterstudiengang Kriminologie und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum inne. Seit 2010 ist Putzke Inhaber einer Lehrprofessur für Strafrecht an der Universität Passau. Zudem ist der Mitglied des dortigen Instituts für Rechtsdidaktik. Als Sachverständiger war Putzke tätig U.A. für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Europäische Union sowie den Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalens und den Innenausschuss des Deutschen Bundestags. Putzke ist Beiratsmitglied der Evolutionär-Humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung und Vertrauensdozent der Konrad-Adenauer-Stiftung an der Universität Passau. Während seiner Studien- und Prämotionszeit war Putzke Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung und während seines Studiums an der Jagiellon-Universität in Krakau Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Von Januar 1994 bis Februar 1995 war Putzke stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Liberaler Hochschulgruppen. Seit März 2015 ist er stellvertretender Vorsitzender des Bundessport- und Schiedsgerichts des Bundes Deutscher Radfahrer. Putzke ist Mitherausgeber der Schriftenreihe Bochumer Schriften zur Rechtsdogmatik und Kriminalpolitik. Der Zeitschrift für das juristische Studium, der Schriften zur rechtswissenschaftlichen Didaktik und des Bäckschen Online-Kommentars zum Jugendgerichtsgesetz. Außerdem gehört er der Redaktion der Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik an. Positionen Putzke äußerte sich im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Rechtslehrer und Strafverteidiger wiederholt öffentlich zu rechts- bzw. tagespolitischen Fragen. Vor Inkrafttreten von 1631 dBGB hat Putzke in mehreren wissenschaftlichen Fachartikeln die Rechtsauffassung vertreten, dass medizinisch nicht notwendige jungen Beschneidungen den Straftatbestand der Körperverletzung erfüllen, darunter auch die religiöse Beschneidung von Knaben. Das Urteil des Landgerichts Köln, das eine Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen als rechtswidrige Körperverletzung einstufte, hat er begrüßt und seine Verbreitung gefördert. Der Bundestag beschloss am 12. Dezember 2012 nach kontroverser Debatte mit 434 zu 100 Stimmen bei 46 Enthaltungen ein Gesetz, das Knabenbeschneidungen unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin erlaubt. Putzke hält das Gesetz für verfassungswidrig und warf dem Bundestag vor, etwa mit Blick auf die Zweckklausel legislatorischen Nonsens geschaffen zu haben. Die Einschätzung der Bundesjustizministerin Leutheuser-Schnarrenberger, bei den parlamentarischen Beratungen habe es sich um eine Sternstunde gehandelt, bewertete Putzke als puren Zynismus. Nach Putzkesch Auffassung ebne das Beschneidungsgesetz der weiblichen Genitalverstümmelung den Weg. Im Zusammenhang mit der Beschneidungsdebatte hat Putzke U.A.R. wegen einer anonymen Beleidigung auf Facebook Strafanzeige erstattet. Im Zuge der Ermittlungen kam es bei einem minderjährigen jüdischen Verdächtigen zu einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung durch Staatsschutzbeamte. Putzke tritt für die Zulassung von Lügendetektoren als Beweismittel in deutschen Strafverfahren ein. In einem Verfahren vor dem Landgericht Paderborn, in dem Putzke den Angeklagten als Strafverteidiger vertrat, lehnte das Gericht die polygraphische Untersuchung als geeignetes Beweismittel ab und verurteilte den Angeklagten. In einem Verfahren vor dem Schöfengericht Bautzen, in dem Putzke ebenfalls als Verteidiger auftrat, wurde der Polygraf hingegen als Beweismittel zugelassen und der Angeklagte freigesprochen. In einer gemeinsamen Stellungnahme sprach sich Putzke zusammen mit 141 deutschen Strafrechtsprofessorinnen und Professorinnen gegen eine Ausweitung der Strafbarkeit des assistierten Suizids aus. Im Zusammenhang mit dem Ausschluss von Frauen an der Teilnahme bei einem fensteren Wettbewerb des Universitätssportfests warnte Putzke öffentlich vor Genderismus, da die Gleichstellungsbeauftragte der Universität den Ausschluss als sexistisch bezeichnet hatte. Auswärtigen Betrachtern erschien der Vorgang zumindest als provinzielle Kuriosität. Putzke vertrat den Standpunkt, dass die Gleichstellungsbeauftragte außerhalb ihrer Zuständigkeit gehandelt und den berechtigten Belangen von Gleichberechtigung und Stellung einen Bärendienst erwiesen habe. Universitätspräsident Burkhard Freitag stellte hingegen fest, dass sie richtig und kompetent gehandelt habe, da sie für die Umsetzung des Gleichstellungskonzepts verantwortlich sei. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in Deutschland ab 2015 erklärte Putzke im Oktober 2015, dass es widersprüchlich sei, wenn Personen als Schleuser verfolgt werden, die nach der Entscheidung der Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Aufhebung des Weiterreiseverbots über die deutsche Grenze gebracht haben, während Zugführer, Bus- oder Taxifahrer Flüchtlinge ungestraft über die Grenze transportieren konnten. Möglicherweise habe sich in diesem Zusammenhang auch die deutsche Bundeskanzlerin des Einschleusens von Ausländern nach 96 Abs. 1 Nr. 1 Aufenthaltsgesetz bzw. der öffentlichen Aufforderung dazu nach 111 Strafgesetzbuch schuldig gemacht, weil sie sich nicht angeltendes Recht gehalten habe. Gleichzeitig distanzierte sich Putzke von disbezüglichen Strafanzeigen gegen Angela Merkel und bezeichnete Anzeigen wegen Hochverrats als substanzlos. Christian Bomarius wertete die rechtliche Würdigung Putzke als Unterstützung für eine Strafanzeige der rechtspopulistischen AfD gegen Merkel und warf ihm vor, die Lage der Flüchtlinge und den daraus resultierenden rechtfertigenden Notstand nach 34 nicht hinreichend berücksichtigt zu haben. Das jüdische Online-Portal Hagalil kommentierte Putzke Standpunkt, dass bei der Hilfe für Flüchtlinge geltendes Recht eingehalten werden müsse, dahingehend, dass es wenig realitätsnah sei. Flüchtlingen das Abwarten eines entsprechenden Gesetzgebungsverfahrens zuzumuten. Putzke warf solchen Kritikern vor, sich offenbar keine große Mühe gemacht zu haben, seine Stellungnahme verständig zu lesen, und bezeichnete die Kritik als juristisch-oberflächlich sowie offenkundig absichtsgeleitet. Im Dezember 2015 erneuerte Putzke seine strafrechtlichen Bedenken gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse und kritisierte zugleich, dass zu wenig für die Integration von Flüchtlingen getan werde. Es müsse massiv in Sprachkurse und Bildung investiert werden. Zudem sprach er sich für eine aufgeklärte Einwanderungspolitik und ein Einwanderungsgesetz aus. Auch sei eine Begrenzung des ungeregelten Zustroms nötig. Im Februar 2016 bestritt Putzke in einem gemeinsam mit Alexander Polkert, Christian Hillgruber und Ulrich Förste verfassten Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Rechtskonformität einer Politik offener Grenzen, vor allem unter Verweis auf Art 20 Abs 4 der Dublin-II-Verordnung. Die Durchführung eines Zuständigkeitsprüfungsverfahrens obliege da nach Österreich, weshalb Deutschland die Einreise verweigern dürfe. Die Stellung eines internationalen Schutzzentrags an der deutsch-österreichischen Grenze begründe keineswegs eine Pflicht zur Einreiseerlebnis. Die Rückkehr zum Recht sei weder inhuman noch politische Schwäche. Die Stärke einer Demokratie zeige sich nicht zuletzt in ihrer Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Putzke kritisiert die Prohibition bestimmter Drogen und ist Unterzeichner einer Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und Professoren, die sich im Bündnis Schildhofer Kreis U.A.R. für eine Legalisierung von Cannabis ausgesprochen haben. Die Bestrafungspraxis bei Erwachsenen sei exzessiv und unverhältnismäßig. In wenigen Jahren werde es auch in Deutschland eine kontrollierte Freigabe geben. Publikationen, Monografien und Lehrbücher Beschleunigtes Verfahren bei Heranwachsenden Zur Strafprozessualen Ausprägung des Erziehungsgedankens in der Adoleszenz Felix Verlag Holzkirchen OBB 2004 ISBN 978-3927983717 Strafprozessrecht Sechste Auflage C.H. Beck München 2015 ISBN 978-3406628146 Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben Fünfte Auflage C.H. Beck München 2014 ISBN 978-3406607011 Jugendstrafrecht Felix Verlag Holzkirchen OBB 2012 ISBN 978-3862939008 Kommentierungen 1, 2, 4, 5, 6 und 15 JGG In Beckscher Online Kommentar zum Jugendgerichtsgesetz HSG Von Nils Fabian Gärtler, Volker Kunkel und Holmputzke 2015 Einleitung 284 zu 297 In Strafgesetzbuch Anwalt Kommentar HSG V. Klaus Leipold Michael Zambikakis und Marc Zöller Zweite Auflage 2015 Beiträge in Zeitschriften Der Anspruch auf Übermittlung von Abschriften strafgerichtlicher Entscheidungen In Neue Juristische Wochenschrift 2015 1777 zu 1783 After Colloin Male Circumcision and the Law Parental Right Religious Liberty or Criminal Assault In Journal of Medical Ethics 2013 444 zu 449 Pflichtdelikte und Objektive Zurechnung Zum Verhältnis der allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen zu den Merkmalen des 25 StGB In Festschrift für Klaus Roxen Berlin New York 2011 425 zu 437 Der strafbare Versuch In Juristische Schulung 2009 894 zu 998 985 zu 993 1083 zu 1087 Polygraphische Untersuchungen im Strafprozess Neues zur faktischen Validität und normativen Zulässigkeit des vom Beschuldigten eingeführten Sachverständigenbeweises In Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 121 2009 607 zu 644 Die strafrechtliche Relevanz der Beschneidung von Knaben Zugleich ein Beitrag über die Grenzen der Einwilligung in Fällen der Personensorge In Festschrift für Rolf-Dietrich Herzberg Tübingen 2008 669 zu 709 Kriminologische Betrachtungen zur Jugendkriminalität In Kriminalistik 2004 529 zu 532